Die frühdynastische Periode Ägyptens, auch Frühzeit, Tinetenzeit oder Achaschezeit genannt, schließt sich an die prädynastische Periode an. Zu ihr zählen hier die erste und zweite Dynastie der Könige, wohin gegen die drei Dynastie bereits zum Alten Reich gehört. Beginn Die frühdynastische Periode beginnt mit der Vereinigung Ober- und Unterägyptens und Armenes, dessen Leben mythologisch ausgeschmückt überliefert wurde. Hier findet sich auch der Ursprung der über fast 3000 Jahre andauernden Regierung durch Könige, die als von Göttern abstammend betrachtet wurden. Durch Anwendung der Radiokarbon-Methode ermittelte Daten führen Forscher nunmehr zu der Ansicht, dass die Chronologie der Prädynastik bis einschließlich der erste Dynastie der frühdynastischen Periode präzisiert und hinsichtlich der Zeitlinie auch korrigiert werden sollte. Erste Dynastie Für die erste Dynastie gilt die historische Herrscherabfolge als gesichert. Erster König war Menes oder Nama, letzter Herrscher war Kuaa, insgesamt werden der Dynastie acht Herrscher zugeordnet. Alle diese Regenten ließen sich in Ebydos bestatten. Bis zum Ende der erste Dynastie war es Tradition, dass die engste Verwandtschaft sowie hochrangige Bedienstete dem König in den Tod folgen musste. Sie wurden in kleinen, fast quadratischen Nebengräbern direkt am Königsgrab beigesetzt. Eine besondere historische Rolle spielt Königin Meritnith zu Beginn der Regierungszeit des Königs den Tonziegel aus dem Grab dieser Dame in Ebydos sowie die außergewöhnlich große Grabanlage mit eigenem Kultbezirk und eigener Grabstähle Königlichen. Vormatz lassen den Schluss zu, dass sie eine Zeit lang die Regierungsgeschäfte für König den übernahm und leitete, da letzterer wohl noch zu jung für das Königsamt war. Hinteilte sich also den Königstron mit seiner Mutter. Ähnlich gelagerte Fälle sind auch für die Königinnen Norfrussobik und Hatsepsut bekannt. Die erste Dynastie ist von zahlreichen verwaltungstechnischen Neuerungen und Einführungen geprägt. So erscheinen erstmals Titel wie Heischer, Adi, J. Mer und Iripat für hohe Beamte und Angehörige des Königshauses. Unter König Hordin wird der Königstitel Nisot-Bitsch eingeführt, sein Nachfolger Anetschip ergänzt diesen durch den Titel Nebui. Jeder Herrscher der ersten Dynastie ließ eigene königliche Residenzen errichten. Die Außenpolitik war vom Tauschhandel mit Nachbarreichen wie Syrien, der Levante und Nubien geprägt. Gegen das im Westen gelegene Nachbarreich Libyen ging Ägypten wiederholt militärisch vor. Für das Ende der ersten Dynastie vermuten Ägyptologen wie Wolfgang Helg, Peter Kaplone und Dietrich Wildung Thronwirren, während derer der Königsfriedhof von Abydos Opfer von Plünderern und Brandstiftern wurde. In diese Zeit fallen die Namen von obskuren Herrschern wie Senefaka, Sechet und Vogel. Zweite Dynastie An den Beginn der zweiten Dynastie ordnen Ägyptologen drei Könige chronologisch sicher zu. Erster Regent war Heteb Sechemui, ihm folgten die Könige Nebri und Nandir. Nach dem Tod des dritten Regenten scheint es abermals zu Thronwirren gekommen zu sein. Ägyptologen wie Wolfgang Helg, Walter Brian Emery, Hermann A. Schlögel und Jürgen von Beckerath halten es für möglich, dass es während der zweiten Dynastie zu einer Reichsspaltung kam, während derer Ägyptens Landeshälften Ober- und Unterägypten in administrativ voneinander unabhängige Reiche getrennt wurden. Könige wie Senet, Zedperibsen und Sechemib Perenmat regierten demzufolge nur in Oberägypten, wo sie ihr Machtzentrum in Abydos gründeten, während gleichzeitig Herrscher wie Senefaka, Nefakariaka, Hajepha und Nefakashuka in Unterägypten residierten und Memphis als Regierungssitz wählten. Grund der Annahme sind unter anderem Tonsigelin-Schriften der Könige Peribsen und Sechemib, die eine klare Trennung zwischen den Verwaltungszentren von Ober- und Unterägypten erkennen lassen. So nannten sich königliche Siegler unter vorgenannten Königen explizit Siegler des Königs von Oberägypten und hohe Verwaltungsbeamte, Verwalter des Königs von Oberägypten. Als weiteren Anhaltspunkt für eine Reichsteilung wird der Seereichname des Königs Zedperibsen angesehen. Der entgegen bisherigen Traditionen den Horus-Falken durch das er Tier ersetzte und damit zu erkennen gab, dass er offenbar aus dem Süden stammte und nur dort herrschte. Sein Reich erstreckte sich bis nach Elephant ein. Ein dritter Hinweis, der möglicherweise auf eine Landesteilung deutet, sind die Königsliste von Sakara und der Turiner Königspapyrus, in denen für die zweite Dynastie auffällig viele Kartuschennamen aufgelistet sind. Während ein Teil davon bestimmten Herrschern zugeordnet werden kann, verbleiben Namen, für die keine zeitgenössische Inschrift bzw. ein zeitgenössischer Horus- oder Nebteinnahme herangezogen werden können. Entweder sind diese Könige als rein fiktiv anzusehen. Das Ergebnis von versehentlichen Namenstoppelungen oder ihre zeitgenössischen Namensträger müssen noch entdeckt werden. Grund für die Spaltung Ägyptens könnten staatsreligiöse Konflikte gewesen sein. Diese Vermutung wird durch Peripsens Entscheidung, das Ertier über seinen Seerreich zu setzen, genährt. Aber auch der Name des Königs Nebri gibt Anlass zu Spekulationen. Da dieser als erster ägyptischer Herrscher die Sonnenscheibe des Gottes Ra in seinen Namen integrierte, Beweise für Konflikte zwischen Priesterkasten als Ursache für eine formelle Reichsteilung gibt es bislang jedoch nicht und die einzelnen Thesen sind nicht unwidersprochen. Eine weitere Motivation für eine derartige Doppelregentschaft könnte in der rapiden Expansion der zu verwaltenden Gaue und der wachsenden Bevölkerung während der zweiten Dynastie gründen. Der ständige Zuwachs an zu versorgenden Gütern und Staatsdomänen machte die Einführung neuer Imter erforderlich, weil es zu innerpolitischen Spannungen und zunehmenden wirtschaftlichen Missständen gekommen sein könnte, worauf eine rein formelle Reichsteilung als notwendig angesehen wurde. König Chase Chemui, letzter Regent der zweiten Dynastie, war in der Lage, die Verwaltungszentren wieder zusammenzuführen und konnte daher als Alleinherrscher über ein wiedervereintes Ägypten regieren. Ende An die frühdynastische Periode schließt das alte Reich an. Siehe auch Geschichte des alten Ägypten